Mein Hauptsiemann, das ist der dritte Episode des neuen Challenge-Videos. Dann nehme ich das Auto bei und geht mal los und werde das Challenge auch tun. Also, du musst den Dote kommen. Das war klar, ich meine nicht so leicht wie das. Du musst nur kommen, du musst Ruf Olli machen. Drei Mal musst du das machen, gell? Du musst das nämlich dreimal machen und du hast zehn für sich. Du darfst zehn Mal fehlen. Aber wenn du das nicht kriegst, dann musst du mal einen Knatsch kaufen. Okay? Ja? Ich bin schon gesagt, knatschen und heben, weil ich nicht viel auf Challenge verlebe. Ja! Mach! 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 Ich weiß ob dein ein Trumph passt! Ja, ja. Echte. D, pack, lass! Echte Fälle! Ja! Die Fälle sind schon alle. Mach! 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 Ok, ich lasse Ihnen erzählen. Ok, super. Ups. 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 Rhythmus. Ups. Bitte fail! Ja. Oh. 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 Ups. Pferde fail! Halt die Maul! Ne! Ne, trotzdem fail! Ne, fährt! Ups. Pferde fail! Ups. Ja, ich habe es richtig. Du hast noch Pfanne, für sich gell? Ne, guck doch! Ah, nee Pfanne! Ach, du schießt das Ei und knasch! Na! Lach, knaschen! Egal! Du weißt aber nicht wie viel ich zahle, bis du nachkies verlieren, gell? Ja. Ha, 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 ha! Ich habe es richtig. Ich habe es nicht gezählt, oder? Ne, ich habe es nicht gezählt, ok. Ups. 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 freeze he 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 . Oh, Scheiss. Probier's. Das ist so süß, Mann. Geseit mir nicht. Scheiss. Das ist Space Hotel. Das geht Space Hotel. Was? Du immaginierst. Warte noch. Ich find's von sich für mich noch. Na. Feier. Oh nein. Oh, noch drei Minuten sind alle. Das ist wie was, was aus dem Schlaf geht. Ich muss zwei Kräger und zwei nicht. Nein, lass mich jetzt anpassen und all die Häuser, Mann. Okay. Ich glaube nicht. Schlacht. Ja. Ich glaube nicht. Du hast dein Rebo geschoben, hab ich nicht tun. Wo? Ich weiß. Jaaaaah. Wo? Ich verdreif. Du hast nach 2 versichert, gell? Warte, du musst nach 1, Mann. Zählt das, wenn ich es kriege? Nein, du hast aber gefehlt. Na ja. Loh! Nein, fährt runter. Ah. Nein, du hast nach 3 versichert, meine ich nicht. Ich wusste, das war gleich. Das zieht nicht. 400 insgesamt. Das ist nach 2 versichert. Ich würde das danken dir. Danke sie noch. Ja. Ich bin eben wieder so Pischer. Ja, fahr doch so. Ja, fahr doch so. Nach 1 versichert. Warte mal, wenn du das kriegst, knatscht. Ja, ich bin froh, ich bin froh, ich gespür dich. Du bist wirklich dumm. Ja, bitte. Ja. Oh, Fehler. Umweltverschmutzung. Ja, genau. Umweltverschmutzung. Du existierst. Du existierst. Ja, genau. Du kriegst du das nicht. Oh, nee. Noch 1 versichert. Noch 1 versichert, gell? Lass versichert. Ich ruch. Ich ruch. Ja. Ach, ja. Ich ruch. Ja, gut. Gseide mit vom Haaren. Ich weiß nicht was ich weiß, was ich weiß. Ich muss das nach ihr versuch, oder? Nach ihr versuch. Nein, hier war ich nur mit dem Vierrad. Hier war ich mit dem anderen Rad noch auf dem Trapp. Nicht mal, ich knatsch. Ich dachte nicht, aber trotzdem. Ich weiß nicht, dass er es geht, weil wir das machen. Das ist eine sexuelle Belastung. Das ist verboten. Ich weiß nicht, weil es geht. Das geht so nach Putti. Das geht so nach Putti. Aber hier ist es so dumm. Wir sind aus der Scheiß. Wir haben den Episodes von unseren Challenge-Videon. Danke, dass ihr geguckt habt. Like, subscribe, kommentieren. Alles war besser. Alles war nicht besser. Das ist so wild. Das war cool. Ciao, Old Mansion.